Die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt werden. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Darauf gibt es nur die Antwort, ein Niemals! Wir sind zu Ihnen gekommen, Sie mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... Deutschland einig, Deutschland, 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 Deutschland! Eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszuweisen. Achtung! 怹! verse 16 Ich will dir, ich will dir, ich will dir, ich will dir.